Die Gesundheit von euch liegt in den Händen von kriminellen Organisationen und denen ist es scheißegal, was mit euch passiert. Jo Leute, hier ist Banks. In der letzten Zeit habe ich eher unwichtige Videos gemacht, irgendwelche zu irgendwelchen Collias, ein Interview mit einer Mickey Mouse von Telegram gemacht und gemeint, mein langweiliges Leben in einem Vlog zu filmen. Und es wird wieder Zeit für ein wichtiges Video. Ihr seid Chemie-Junkies, ohne es zu wissen. Dieser Satz hat den einen oder anderen von euch wachgerüttelt und die gesamte Cannabis-Szene in Deutschland für das Thema sensibilisiert. Bei den Behörden und der Politik ist man leider eher untätig geblieben. Das BKA und unsere geliebte und vermisste Bundesdrogenbeauftragte Daniela Lubik haben es nach immerhin drei Monaten hinbekommen, eine Pressemitteilung rauszugeben. Wahrscheinlich, weil das Thema einfach schon so groß war, dass man gar nicht mehr zuschweigen konnte. Das war knapp ein Jahr, nachdem Weiß das BKA schon zum Thema angefragt hatte und mehrere Wochen, nachdem die linke Fraktion schon offiziell die Bundesregierung auf die Weiß-Dokumentation hingewiesen hat und zur Verbreitung von Chemiegras befragt hat. Behördenversagen und politische Inkompetenz ist jetzt nichts Neues in Deutschland. Also das Thema halte ich hier kurz, obwohl eigentlich ist das BKA auch nicht daran schuld. Das ist ja nicht ihre Aufgabe, sondern die Bundesdrogenbeauftragte hätte die Öffentlichkeit mehr darüber informieren müssen und ihrer politischen Verantwortung da nachkommen müssen. Ist sie leider nicht die Frage, die sich halt für uns jetzt ganz pragmatisch stellt. Wie weit verbreitet ist überhaupt gestrecktes Gras? Auch hierzu hat sich das BKA beim ZDF geäußert. Dem BKA liegen keine Informationen dazu vor, wie häufig Cannabisprodukte, die in Deutschland sichergestellt wurden, verunreinigt wurden. Auch die Antwort der Bundesregierung an die Anfrage der Linke zum Thema Chemiegras war eigentlich nur ein bürokratisch ausformuliertes, wir haben keine Ahnung. Nebenbei hat noch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Überraschungen herausgefunden, dass die Lebenszeitprävalenz, also ob jemand schon mal Kontakt mit Cannabis hatte oder nicht, bei den 18 bis 25 Jährigen auf einem neuen Höchststand von über 50 Prozent liegt. Bei den 24 bis 25 Jährigen geben sogar 6 von 10 der vom BZGA angerufenen an, dass sie schon Erfahrungen mit Cannabis gemacht haben. Und ich glaube, die anderen vier sind einfach die Hardcore-Kiffer, die zu viel Paranoia bekommen, wenn ein Anton ruft. Aber Spaß beiseite, um das Ganze mal zusammenzufassen. Über 50 Prozent der jungen Generation kifft das ein oder andere Mal und nicht mal das BKA-Artenplatz. Und schon mal, wie viel davon vergiftet werden. Kleiner Teaser auch schon mal, ich werde in einem der kommenden Videos zeigen und auch beweisen, wie die chinesische Regierung europäische kriminelle Organisation nutzt oder besser gesagt benutzt, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder generell den Gesellschaften europäischer Länder nachhaltig zu schaden. Jetzt habe ich wahrscheinlich noch die Triaden am Arsch. Das Video soll hier auch gar nicht groß um Politik gehen, keine Angst. Eigentlich wollte ich euch nur zeigen, wie groß das gesellschaftliche Problem ist, was von gestrecktem Cannabis ausgeht oder wie immens die Folgen für die Gesellschaft, aber auch natürlich für jeden einzelnen Betroffenen sind. Und dass wir uns nicht die Illusion machen müssen, dass vor der Legalisierung die geeigneten Maßnahmen getroffen werden, dann Cannabis sicherer zu machen. Ich meine, viele Millionen Deutsche kiffen, aber das ist immer noch ein russisches Roulette, was man eigentlich mit seinem Körper macht aktuell. Und ja, ich glaube nicht, dass die Politik und auch Teile der Behörden kompetent genug dafür sind oder auch willens sind, schnelle geeignete Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die die Bürger jetzt schon schützen würden. Also es wäre zum Beispiel gut, schon mal Drug-Checking auf die Schnelle zu legalisieren oder den Anbau von Cannabis bis vier Pflanzen, also was eindeutig Eigenbedarf ist, einfach in die Zuständigkeit des Ordnungsamtes zu schieben. Das sind ja Sachen, also muss man kein Jurist für sein, dass man weiß, dass sowas schneller umzusetzen ist wie eine Legalisierung, wo auch die ganze Infrastruktur hinterstehen muss. Also es passiert schon was, aber ihr seid trotzdem in der aktuellen Situation noch dem Schwarzmarkt komplett ausgeliefert. Die Gesundheit von euch liegt in den Händen von kriminellen Organisationen und denen ist es scheißegal, was mit euch passiert. Und ich versuche euch ja, die Trickkiste der Dealer hier mit diesem Video zu öffnen, euch zu zeigen, was gibt es für Streckmittel, wie kann man die erkennen, wenn man sie überhaupt erkennen kann und ich will euch auch erklären, was passieren kann, wenn man gestrecktes Gras raucht. Das ist nicht harmlos, sowas zu rauchen. Also normales, biologisch angebautes Cannabis zu rauchen, ist die eine Sache. Gestrecktes Cannabis rauchen ist eine komplett andere Sache. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ihr könnt davon sterben, von gestrecktem Gras. Auch wenn es meistens die Dealer nicht so machen, dass ihr nach einem mal rauchen sterbt, sondern das ist so ein langsames, ja. Die Folgen spielt ihr in 10 bis 20 Jahren, deswegen solltet ihr euch jetzt auch zweimal überlegen, ob ihr in der aktuellen Lage noch Cannabis raucht überhaupt. Also wenn ihr jetzt nicht gerade jemanden kennt, der das selbst anbaut und ihr wirklich aus erster Hand irgendwie kaufen könnt, was der Großteil von euch wahrscheinlich nicht kann, dann würde ich euch ehrlich gesagt empfehlen, bis zur Legalisierung aufzuhören mit dem Kiffen, auch wenn es jetzt einige von euch nicht hören wollen. Meine persönliche Erfahrung, und ein paar Leute haben mir das auch schon geschrieben, dass es bei ihnen auch so war, ist, dass man als Cannabis-Liebhaber, sozusagen sich das Ganze ein bisschen verschönern kann, quasi wie so ein Trostpflaster, wenn man auf CBD- oder CBG-Blüten umsteigt und ja, weiter den Raumduft bei sich beibehält. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, ist jetzt nicht irgendwie das Allheimmittel oder so, aber das kann schon das Ganze ein bisschen entspannter machen. Wenn ihr jetzt aber wirklich natürlich irgendwie Suchtprobleme habt, dann meldet euch bei den richtigen Stellen. Ich habe euch da auch ein paar Links unten reingepackt. Hier kann eine offizielle Empfehlung sein, sondern nur meine persönliche Erfahrung, die ich mit euch teilen will. Ich habe jetzt auch CBD- und CBG-Flowers im Angebot, im V20-Shop, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Natürlich ist das Ziel, zukünftig auch THC-Flowers anzubieten. Das Ganze dauert ja noch ein bisschen. Bis dahin gibt es aber Top-Shelf CBD- und CBG-Flowers. Mein erstes Train ist Bangscout-Cookies, dann noch Giotti-Strawberry-Cake und die CBG-Flowers-Eiswine. Ab dem Zeitpunkt, wo das Video hier online ist, machen wir auch eine kleine Rabattaktion. Mit dem Code Daniela bekommt ihr für die nächsten 42 Stunden 10% auf alle Strains. Mir ist aber natürlich bewusst, dass die meisten von euch munter weiter THC-Gras rochen werden und das CBD höchstens zum Mischchen verwenden werden. Und ja, deswegen erkläre ich euch jetzt mal, welche Streckmittel es gibt und wie ihr diese erkennen könnt. Es gibt ernsthaft noch Dealer, die feinen Sand auf Gras auftragen, um das schwerer zu machen. Das kann man aber zum Glück gut erkennen, weil sich am Baggy dann unten der Sand absetzt. Laut dem Präsident der Gesellschaft für Pneumologie kann das Rauchen von Sand langfristig zu gravinenden Lungenentzündungen führen. Zucker wird leider immer noch ziemlich häufig auf Gras gemacht, um es schwerer zu machen, aber auch um das Funkeln zu imitieren. Ich habe mal von einem Peach-Dealer mitbekommen, der hat sogar damit geprahlt, aus 3,4 Kilo gemacht zu haben, indem er Fanta einfach drüber gespritzt hat. Das Wasser verdampft dann und der Zucker und die Aromastoffe bleiben drauf und die Kunden freuen sich dann auch, dass das Gras so krass glitzert und nach Fruchtig riecht. Oder ich weiß nicht mehr, ob Sprite oder Fanta eins von beiden war es. Können die zum Glück auch relativ leicht erkennen, einfach Butter in die Zunge halten und wenn es süß schmeckt, dann wird Zucker drauf sein. Kurzfristig führt Zuckergras zu Hustenreiz und kann auch zu Halsschmerzen führen. Langfristig steigert ihr krass euer Krebsrisiko und die feinen Karamelltropfen, die beim Rauchen entstehen, setzen sich in eurer Lunge ab. Haarspray ist hier so ein Ding, das geht glaube ich nur um Gölitzer Park oder an irgendwelchen Bahnhöfen. Die Dealer machen Haarspray auf die Buds, um schnell einfach unpotentes Gras für unerfahrene Konsumenten potenter wirken zu lassen. Das Gras wird schwerer dadurch auf der einen Seite, es sieht sehr klebriger und funkelnder aus und wenn Gras keinen Geruch hat, dann kann man damit, auch wenn es sehr chemisch dann riecht, man kann zumindest irgendeinen Geruch da drauf bekommen. Erkennen kann man das an relativ harten Buds, der Geruch ist stark, aber eher chemisch. Sie sind klebrig, aber nicht hartseklebrig, sondern eher wie Uhu und beim Verbrennen entsteht ein ekelhafter, chemischer Geruch und die Asche ist sehr hart. Kurzfristig führt Haarspray Gras zur Reizung der Atemwege, Husten, Halsschmerzen und langfristig ist es definitiv krebserregend. Bricks ist das erste Mal, wo das Strecken professionalisiert wurde, wo ein Mittel entwickelt wurde, was rein zum Strecken ist. Das wird als Düngemittel im Internet angeboten, besteht aus flüssigem Kunststoff, Hormonen und Zucker. Die Buds werden dann mit Bricks besprüht oder die Buds werden in Bricks reingetrunkt und dann entsteht wie eine Kunststoffhülle quasi um den Bud herum. Deswegen sind die Buds relativ hart, aber riechen sehr schwach. Das Gras verbrennt auch sehr schlecht, wenn man es raucht, dann können auch, wenn krass viel Bricks drauf ist, diese charakteristischen Funken entstehen. Spätestens dann GB wegschmeißen. Gesundheit ist deutlich mehr wert wie ein paar Euro für Gras. Noch ein Hinweis ist die Asche. Die Asche ist relativ hart und wenn man die Asche zwischen den Fingern oder noch besser auf ein Blatt Papier zerreibt, dann entsteht so ein ekelhafter, schmieriger, schwarzer Ölfilm. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Bricks sind kaum abzuschätzen. Ich denke mir aber, dass jedem von euch glasflüssigen Kunststoff zu rauchen, ist nicht gesund. Das Krebsrisiko wird auf jeden Fall erhöht. Das ist nicht gut für die Atemwege. Und viele Leute berichten auch davon, wenn sie Bricks Gras geraucht haben, dass die das Lungenvolumen abnimmt, dass der Kunststoff sich in die Lunge absetzt und man nicht mehr richtig durchatmen kann. PK 1314 ist ganz normaler Flüssigdünger, der in der Agrarwirtschaft verwendet wird oder halt im Cannabis-Anbau und im Normalfall auch nichts Bedenkliches ist. Was allerdings bedenklich ist, wenn Leute auf die Idee kommen, diesen Dünger zum Strecken zu verwenden und Blüten entweder damit besprühen oder da rein tunken, um die Blüten schwerer zu machen und auch ein bisschen Haze-artiger. Mit PK 1314 gestrecktes Gras ist wahrscheinlich noch am schwierigsten zu erkennen, weil an sich sieht das Gras eigentlich sehr gut aus, eigentlich schon zu gut. Das Gras glitzert extrem krass. Auch der Geruch geht nicht weg im Gegensatz zu Bricks. Also der Geruch bleibt da. Er wird aber nur noch ein bisschen verändert. Also der Geruch, auch gerade wenn man zum Bad draufdrückt, hat noch so einen Cannabis-untypischen Beigeruch, der so ein bisschen urinartig ist. Erkennen kann man PK 1314 gestrecktes Gras daran, dass es ein bisschen fluffiger ist. Wenn man das Gras verbrennt, sich dieser urinartige Beigeruch verstärkt und auch die Asche ist ein bisschen auffällig. Also nicht ganz so krass wie bei Bricks. Da steht jetzt nicht dieser schmierige Ölfilm, aber die Asche ist auf jeden Fall deutlich schwärzer und dreckiger wie bei sauberem Cannabis. Wie genau sich das Rauchen von Düngern auf die Gesundheit auswiegt, keine Ahnung, ist es aber definitiv nicht harmlos. Die klassischen Streckmittel bekommt man im Drogeriemarkt an jeder Ecke oder aus dem Internet. Leicht aufzutragen, also hier kann der Deal aus dem Görlitzer Park nochmal auf die Schnelle sein. den Shitgras ein bisschen verkaufsfähiger machen und der Dealer aus dem nächsten Block macht aus 3,4 Kilo, indem er ein bisschen Fanta drauf sprüht. Erfahrene Konsumenten können das auf jeden Fall erkennen und es spricht sich halt darum, dass solche Streckmittel verwendet werden. Hier handelt es sich quasi um das Amateurstrecken. Es ist weiter verbreitet, wie wir denken, aber es hält sich noch einigermaßen im Rahmen. Was ein viel, viel größeres Problem ist, ist, wenn Profis beim Strecken am Werk sind. Also wenn der Produzent schon streckt oder eben der Importeur, also bei 50 Kilo, 100 Kilo, 500 Kilo. Und ja, da sind kriminelle Organisationen am Werk, die keinen Aufwand scheuen. Die haben teilweise vermutlich mal ihre eigenen Chemiker am Werk, so Pablo Escobar-Style. Und da wird das Ganze auf einem ganz anderen Level gemacht. Bevor wir aber zum professionellen Strecken kommen, kommen wir dazu, was die Produzenten schon vor der Ernte alles machen können, um hier den Gewinn zu maximieren auf Kosten der Gesundheit von euch. Ich meine, dass bei kommerziellen Growth nicht biologisch angebaut wird und Fungizide, Herbizide usw. verwendet werden. Das sollte, denke ich, bei jedem klar werden. Das ist ja genauso abgefuckt wie die normale Agrarwirtschaft eben auch. Aber es gibt eben noch mehr Möglichkeiten. PGRs sind Wachstumshormone bzw. Wachstumsregulatoren. Die wurden ganz früher in der Landwirtschaft verwendet, sind mittlerweile für die Nahrungsmittelproduktion verboten. Eben wegen gesundheitlichen Risiken, die dabei bestehen. Und ja, werden jetzt aber auf Cannabis-Plantagen für die Gewinnmaximierung eingesetzt. Mit PGRs besprühte Buds kann man daran erkennen, dass sie sehr dense sind. Also sehr dicht, sehr fest auch. Also sie wiegen sehr viel. Haben aber auf der anderen Seite meistens wenig Kristalle. Es sei denn, die wurden auch irgendwie künstlich drauf gemacht. Und sehr viele orangene Härchen. Quasi krass auf Anabolica. Die Buds haben auch ein kaum ausgeprägtes Terpenprofil. Also riechen nicht so intensiv und schmecken auch nicht so intensiv. Und wenn man eine größere Menge PGR-Grass hat, dann kann man das auch daran erkennen, dass die Buds zwar sehr dicht sind, wie eben schon erwähnt, aber halt sehr viele kleine Buds sind, die aber trotzdem ein hohes Gewicht haben. Hey, es wurde ja lange in der Musikindustrie und, wie sagt man, Mainstream-Lifestyle krass gehypt. Und Dealer haben sich die hohe Nachfrage dann zunutze gemacht und konnten die Preise anheben. Problem ist nur, Haste-Trains sind Sativa-dominiert. Das heißt, sie wachsen sehr groß und haben auch eine ziemlich lange Blütezeit. Indicas wiederum sind lukrativer. Sie sind klein und buschig und haben eine deutlich kürzere Blütezeit. Um beides zu haben, also den maximalen Ertrag mit Indica-Trains und dafür dann die Haste-Preise bekommen, kann man auch machen. Da muss man dann ein bisschen nachhelfen. Um das zu erreichen, wurden anfangs noch die klassischen Streckmittel, die ich eben erklärt habe, angewendet. Problem ist nur, die Leute merken das irgendwann. Das spricht sich rum. Deswegen muss das Ganze professioneller werden. Da hat dann jede Gruppierung quasi ihr eigenes Rezept verentwickelt. Hierzu werden dann synthetische Cannabinoide aufgetragen, also in Lösungsmitteln erstmal aufgelöst, auf die Bads gesprüht und nach dem Trocknen sind dann noch die synthetischen Cannabinoide auf den Bads. Bei CBD-Gras wird dann eine hohe Dosis genommen, damit überhaupt erst eine Wirkung entsteht und bei Gras, was schon durch THC eine Wirkung hat, eben eine geringere Dosis, um das Gras aber noch ein bisschen krasser zu machen. Nach dem Trocknen sind dann die Lösungsmittel verschwunden und die synthetischen Cannabinoide sind an sich auch nicht nachweisbar, also weder unter dem Mikroskop noch durch Schnelltests, weil die Schnelltests eben nur auf bestimmte synthetische Cannabinoide ausgelegt sind, aber in chinesischen Laboren einfach gefühlt jeden Tag ein neues entsteht. In der Regel können nicht mal Behörden synthetische Cannabinoide nachweisen. Es gibt nur wenige Labore in Deutschland, die das können, die dann speziell nach bestimmten synthetischen Cannabinoiden suchen. Die einzigste wirkliche Möglichkeit, synthetische Cannabinoide zu erkennen, ist die Wirkung. Wenn ihr jetzt nicht gerade wie die Dudes von der Heute-Show euch eine Bon reinpfeift, dann legt sich die Wirkung von Cannabis ja so langsam wie ein Schleier über euch und hält dann eine lange Zeit an und geht dann wieder sanft. Und bei synthetischen Cannabinoiden ist das anders. Da ballert das direkt, wenn ihr raucht. Ihr seid 20-30 Minuten high und dann endet die Wirkung abrupt. Synthetische Cannabinoide können schon bei einmaligem Konsum tödlich sein. Im Gegensatz zu Cannabis, wo es unmöglich ist, sich totzurauchen. Natürlich wird das deutlich öfters vorkommen, wie es aktenkundig ist, weil einfach die meisten Ärzte nicht mal was davon gehört haben. Trotzdem wird das Ganze auch nicht so häufig sein, dass jemand einen Joint raucht und dann tot umfällt. Die Gruppierungen wollen natürlich auf keine Auffälligkeiten. Wenn in der Region sehr viele Menschen auf einmal versterben würden, dann würde das mediale Aufmerksamkeit darauf erregen und auch die Behörden würden dann dahinter sein. Das wollen Gruppierungen natürlich nicht, sondern sie wollen euch langsam zu Junkies machen. Und wenn ihr dann in 10, 20 oder auch 30 Jahren davon sterbt, dann juckt die das nicht, die das nicht, weil da auch niemals dann der Zusammenhang hergestellt wird, beziehungsweise die, die das auf den Markt gebracht haben, schon nicht mehr aktiv sind. Also synthetisches Haze ist darauf ausgelegt, dass ihr mehr raucht, also bessere Konsumenten seid. Der Hippie, der ein Joint raucht und dann entspannt vor sich hin philosophiert, das ist nicht der optimale Kunde. Der optimale Kunde ist derjenige, der stark abhängig ist. Synthetisches Gras macht körperlich abhängig im Gegensatz zu normalem Cannabis. Man hat auch diesen Craving-Effekt wie bei harten Drogen, also man raucht einen Joint, die Wirkung endet abrupt und da muss direkt ein Neugent raucht werden und noch einer und noch einer. Also jemand, der auf Chemohaze abhängig ist, wenn du dem einen normalen Cannabis-Joint gibst mit biologisch angebautem Gras, dann wird er zu dir sagen, was ist das denn, das wirkt auch gar nicht. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Chemiekras sind noch relativ unklar. Es gibt noch nicht so viel Forschung zu dem Thema, einfach weil das ein ziemlich neues Phänomen noch ist. Was auf jeden Fall sicher ist, dass Chemiekras mit normalem Cannabis nicht ansatzweise vergleichbar ist, soll das Herz schädigen, die Lunge schädigen, das Gehirn schädigen, das Erbgut eventuell sogar verändern und auch noch ein Punkt, was vielleicht viele davon überzeugen wird, soll die Intelligenz stark mindern und natürlich auch das Krebsrisiko erhöhen. Zweiter wichtiger Punkt für die Strecke ist, nicht nur die Wirkung krass zu machen, um das Suchtpotenzial zu erhöhen, sondern auch noch das Gewicht zu erhöhen. Also man hat zwar, wenn man billige Hecke zu Chemiekras macht und mit Haze Preisen verkauft, zwar schon eine krasse Marge, aber Dreißigkeit siegt und hier werden dann noch Kunst oder Klebstoffe verwendet, um das Cannabis damit auch noch mal ein bisschen schwerer zu machen. Und positiver Nebeneffekt für die Strecke ist, dass diese Kunst und Klebstoffe auch noch das Hart semmitieren und eben auch noch ein weiterer Punkt die Wirkung verlängern. Also was ja sehr auffällig bei synthetischen Cannabinoiden ist, dass die Wirkung so abrupt endet und wenn dann noch Klebstoffe auf Gras sind, die eben auch das so dieses abrupte Ende so ein bisschen schwammiger machen, sage ich mal, nicht so auffällig und Klebstoffe machen auch süchtig. Dritter Punkt, die Optik muss stimmen. Das heißt, man will giftig aussehendes, hellgrünes, funkelndes Gras, was sich als Baba-Hase auf der Straße verkaufen lässt und es ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht genau, ich habe mich da ein bisschen im Internet informiert. Anscheinend soll es auch die Möglichkeit geben, das Pflanzenmaterial gebleicht werden kann, also heller gemacht werden kann. Wie gesagt, wie genau, weiß ich nicht. Das wissen die Strecker selbst und dass es Möglichkeiten gibt, um Gras funkelnder, kristalliger wirken zu lassen, wie beispielsweise durch PK 13, 14 oder andere Chemikalien. Da wird es auch einige Möglichkeiten zu geben. Der vierte Punkt ist der Geruch. Der muss natürlich bei guten Fake-Hase auch stimmen. Der einzigste Punkt, wo wir ein bisschen in der Regel Terpene verwendet und in gewissen Zusammensetzungen kann man da dann jedes Strain eigentlich vom Aroma her nachbilden. Der einigste Punkt beim Strecken, der gesundheitlich unbedenklich ist, trotzdem wichtig zu wissen, weil ein guter Geruch, ein krasses Flavor ist noch kein Garant für sauberes Cannabis. Der letzte Punkt, zu dem wir kommen, ist Cali-Weed. Cali-Weed hat Haste schon länger als Hype-Weed Nummer 1 abgelöst, auch wieder krass gepusht durch die Musikindustrie, gerade die US-Rapper waren da stark das am Hypen und viele deutsche Musiker auch mittlerweile. Und auch ja, irgendwo zurecht, weil Cali-Weed einfach sehr potent ist und ein krasses Flavor hat. Die Kaliforner sind früh legalisiert und dadurch schon in der Entwicklung ihres Trains ziemlich weit. Ich habe sogar die Ehre gehabt vor ein paar Jahren zufälligerweise in Barca den Erfinder von Girl Scout Cookies und vieler weiterer bekannter Trains kennenlernen zu dürfen. Mit ihm möchte ich auch in Zukunft im deutschen Markt zusammenarbeiten. Ein sehr korrekter Typ. Wir haben uns erst kennengelernt und im Nachhinein erst dann gemerkt, dass wir beide eine Liebe zu Cannabis haben. Er hat sich erst bei mir nur vorgestellt als Biotechnologe aus Kalifornien und später habe ich herausgefunden in welchem genauen Bereich der Biotechnologe ist. Viele sehen Cali in Deutschland als die Lösung für das Problem mit Streckmitteln. Das Problem ist, es gibt natürlich schon ein legites Cali in Deutschland. Das meiste, was hier 3,5 Gramm für 60 bis 130 Euro angeboten wird, ist aber kein wirkliches Cali aus Kalifornien. Die Tüten selbst, aber auch die Strain und Secure Sticker oder Verpackung für Edibles, Gläser und so weiter kann man sich alles für Centbeträge im Internet kaufen. Bei den Fakes muss man aber zwischen zwei verschiedenen Arten unterscheiden. Auf der einen Seite wird Cali gefakt, indem die Originalgenetik einfach hier in Europa nachgegrowlt wird. Dann gibt es aber auch die richtigen Peach Flugs, die tun das gleiche Prinzip von Chemie Haste auf Caliweed übertragen und machen dann Chemie Cali. Als Ausgangsstoff können die dann keine Hecke nehmen. Caliweed muss schon krass aussehen. Man nimmt dann vernünftig aussehende Basissorte, tut da synthetische Cannabinoide drauf machen, die Wickung noch ein bisschen krasser zu machen und dann auch Cali-Terpene und vielleicht noch ein bisschen was zum den Glitzer ein bisschen erhöhen mit ein paar Chemikalien und dann hat man halt Chemie Cali. Das Gute ist aber bei Caliweed die Chance da wirklich synthetisches zu bekommen ist deutlich geringer wie bei Haste. Die Qualitätsansprüche bei Cali sind schon höher. Es gibt schon den einen oder anderen der sich da auskennt. Das heißt die Hemmschwelle für den Dealer liegt einfach höher da synthetisch nachzuhelfen. Das kann natürlich niemand genau sagen aber ich würde so ganz grob schätzen dass so 10% vielleicht in Deutschland der Gittes Cali aus Kalifornien ist 80% hier nachgegrowth wurde oder irgendwo in Europa meistens in Spanien und dann nochmal 10% Chemo Cali. Das in Deutschland verkaufte Gras meistens als Haze verkauft ist meiner Erfahrung nach zu 90% mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt. Das 90% vom Gras was in Deutschland als Haze vermarktet wird gestreckt ist hinter der Aussage stehe ich immer noch das ist eine sichere Sache wie hoch davon aber auch der Anteil mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt ist keine Ahnung es wird aber definitiv hoch sein Leute das war's von mir nehmt dieses Video ernst eure Gesundheit ist ein sehr wichtiges Thema bleibt so safe wie möglich